Dann schauen wir uns auch einfach mal oben... Oha, jetzt hätte ich fast den Doppelsprung vergessen. Schauen wir uns oben einfach mal... Achso, geht nur noch hier so. Okay. Gucken wir mal hier durch. Hier scheint auf jeden Fall auch noch irgendwo ein Schatz zu sein. Was ist denn hier los? Ach, eine Verschneit... Oh, oh, oh. Eine verschneite Speicherstelle und eine Lawine kommt auch noch. Jetzt ist die Frage. Richtung Lawine laufen? Wollt ihr mich verarschen? Ah, okay. Ja, ich... Verstehe. Was, 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 was... Äh, geh mal mal weiter. Ach, scheiße. Warum bleibe ich denn da nicht an? Nein! Wir sind gestorben. Gottes Willen. So, da jetzt aber hoch. Nein, hoch, nein! Das Spiel verarscht mich, merkt ihr das? Das verarscht mich aber richtig. Blödes Spiel. Oh, Mann, 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 Mann. So, dich auch einmal wegrauen. Na, das ist ja ein Beginn der Aufnahme. Wobei, wir sind ja jetzt auch schon wieder im zweiten Part dieser Session. Ich hab vorhin übrigens fast die Zeit vergessen. Das ist echt schrecklich. Ja, dann... Gucken wir mal hier eben einmal durch. Oh, oh. Nein! Naja, aber wenigstens haben wir hier jetzt... ...das soweit geschafft. Können also den Weg der Lawine nochmal gehen und dann auch mal versuchen, den Schatz zu finden. So, einmal schnell durch. Da auch schnell durch. Und einmal hier hoch. So, dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ja, 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 ja. Jetzt würde ich sagen, folgend... Boah, war das wieder knapp. Folgen wir der Lawine mal. Auf jeden Fall wieder nach oben. Meine Herren. Krass, wie viele Lawinen da runterkommen. Na, diesmal nicht. Nochmal lasse ich mich da nicht mit verarschen. Ich hoffe, der Ton ist heute nicht zu laut. Oder es kann auch sein, dass es nur an meinen Ohren liegt. Also, dass der Ton auf meinen Ohren so laut ist. Weil ich ihn nicht runtergemacht habe. Aber ich hab mir ja auch die letzten Aufnahmen alle so angeguckt. Und ich muss sagen, ist ganz gut geworden vom Ton her. Ich bin laut genug für euch. Ich sitze auch ziemlich dicht vom Mikro dran, muss ich dazu sagen. So, euch nochmal weg, Bämsen. Na, Lawine? Oh, kommt keine mehr? Von mir aus? Dann würde ich sagen, geht's doch einfach mal weiter nach oben. Obwohl, so wie ich mein Glück kenne, kommt jetzt noch was. Oh nein, nicht schon wieder. So, haben wir den schon mal down. Oi, 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 oi. Ui, oi, oi. Ey, moah, diese Springteufel, ne? Die sind sowas von ätzend. Alter, Neandertaler. Ja, springer in den Tod. Von mir aus auch das. Aber das ist auch mal im, auch mal entspannten, äh, Abschnitt, wo kein Schatz drin ist. Äh, nein, nicht schon wieder. So, nochmal abwehren. Komm, 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 komm. Wollt's wieder abhauen? Jawoll. Der verliert irgendwie Büffelfell oder sowas. Oh, und wir werden vom Schnee welche pustet. Na, das kann ja wieder was werden. Ah. Dich hätte ich ja fast gar nicht gesehen, Kollege. Wie sie sich hier im Schneesturm tarnen. Hat noch einer? Ne. Hat sich gerade fast so angehört. So, ich lass mich einfach mal... Ne. Ach, du Heiliger. Ach, du Heiliger. Erstmal hier nach oben weg. So. Jetzt zieh ich... Ah, da oben kommen auch noch welche. So, hier kommen wir nur von der anderen Seite hin. Das ist doch schon mal interessant zu wissen. So. Halt. So. Damit haben wir den schon mal weg. Jetzt müssen wir nur noch die... Uah, ah, 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 ah. So. Sehr schön. Das ist jetzt die Frage. Gehe ich erst oben? Ne, ich gucke erst mal oben, würde ich sagen. Und wenn da der Levelausgang ist, dann gehe ich einfach mal unten durch die brüchigen Dinger. So, dann spare ich mir jetzt erstmal den noch weiter zu belästigen. Geil, haben die sich gerade selber geschlagen, auch gut. Hatten wir ja bisher auch noch nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Wo ist er hin? Ach, da. So. So. Dann einmal hier runter. Ich sollte vielleicht nicht ganz so waghalsig immer überall runterspringen. Und schon wieder Level up. Meine Herren. Hier geht es echt zur Sache. Ja. Ach, mit wollte ich gar nicht. Nee, da sollte ich mir echt bleu aufpassen. Nicht, dass wir hinterher irgendwo runterspringen, wo wir nicht mehr hochkommen. Und das hier sieht aus, als ob es hier ein Geheimnis gibt. Was zur Hölle ist denn das? Eine Sanduhr? Aha. Okay. Gucken wir mal hier hoch. Da ist auf jeden Fall was. Nein, ich wollte nicht nach ganz oben. Scheiße. Ich wollte... Habe ich nicht gerade gesagt? Ich wollte nicht nach ganz oben. Ja, toll. Jetzt habe ich nämlich die Deppen wieder am Hals. Lass mich mal runter, bitte. Ich will hier runter. Oh, Leute. So, alle tot? Ja, hoffentlich. Ja, genau da wollte ich doch hin. Habe ich mir doch fast gedacht, dass wir hier in die Höhle reinkommen. So, da können wir also drauf. Oh mein Gott. Ich bin so ein Held. Ich bin der Held vom Erdbeerfeld. Das ist unglaublich. Ja, jetzt aber. Dankeschön. Kleine Plattform. Ja, bitte einmal hier zum Schlüssel. Ich wollte gerade sagen, wenn das noch nicht alles war, dann raste ich aber aus, ey. So, da kommen wir wieder nicht dran. Das heißt, wir können wieder nach ganz oben und uns da durchpugeln. Kommt wahrscheinlich der Bulli auch gleich. Ne. Der Bulli kann ja gar nicht kommen. Jetzt können wir aber nach oben. Dankeschön. Na, nochmal runter. Äh. So. Hier scheint irgendwie wir leben. Huah! Wolltest du mich denn veräpfeln? Lass mal ja mal die Lawine kommen. Na. Hoch. Da einmal durch. Halt, Moment. Geht's hier weiter? Nein, geht's nicht. Aber ist ja wenigstens gut, dass hier keine Lawine mehr kommt. So, wo führt's uns denn hin? Ah, aha. Schön, schön, dass ich dann noch rechtzeitig runter bin. So, haben wir hier schon mal wieder was? Ach, das war's auch schon wieder hier in dem Level. Ja gut, dann können wir ja hier auf der Ebene weiter. Und uns ein bisschen um den alten Hammelsack hier kümmern. Ach, das war's auch schon wieder. Sehr schön. Führt uns der Weg hier wohl hin? So, da geht's auf jeden Fall hoch. Und hier unten geht's auch durch. Gehen wir. Okay, da geht's nicht. Ja, dann würde ich sagen, hier unten. Ach, shit. Jetzt verstehe ich das. So, da einmal runter. Hier durch. Dass wir hier jumpen können. Haben wir nämlich da schon mal den Schlüssel eingesackt. So, da müssen wir anscheinend von oben durch. Auch das klappt gut. Wo ist er jetzt wieder hin? Haben wir hier drin? Wahrscheinlich auch wieder nur irgendwelche Käse. Wobei, so käsig ist das gar nicht, was hier alles so drin ist, weil teilweise sind da echt gute Klamotten zu finden. Man denke an die ganzen Nahrungsmittel, die teilweise in den Kisten drin sind. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh! Wolltest du mich veräpfeln? Scheiße. Okay. Müssen wir doch tatsächlich hier dann erst warten, bis die Plattform wieder da ist. Okay. Okay. Auf geht's. Ach, wir haben hier auch schon mega alle Schätze gefunden. Ist ja interessant. Mann, 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 Mann. Ah! Arschhund. Sodala. Da geht's nicht mehr weiter, das heißt, wir können auf jeden Fall... Was? Ach, da. Wir können auf jeden Fall weiter nach oben. Da oben scheint's auch, als ob wir da wieder langlaufen. Uah! Als ob wir da wieder lang müssen. Was? Wo müssen wir hin? Ach, da oben. Auch schön. Schön, schön. Schön. Dann einmal hier in... Ah, da ist wieder einer unserer freundlichsten. Na komm. Genau das wollte ich von ihr haben. Da sind auch wieder Plattformen, die sich bewegen. Lassen wir sie einfach mal bewegen. Aber ich bin grad am überlegen, ob ich da runter soll. Sieht auf jeden Fall gut aus, weil jetzt können wir uns hier ein bisschen weiter bewegen. Oh, oh. So, damit haben wir... Uah! Wo willst du hin? Oh, der geht nach oben. Hm. Das ist jetzt die Frage, will ich hier überhaupt weiter nach oben? Okay, da war ja schon mal ein Schlüssel gewesen. So, dann da einmal runter. Dann würde ich sagen, hier einmal durch. Gucken, ob wir... Da haben wir auch noch einen Schlüssel. Sehr schön. Na, war das schon alles? Nein, das war immer noch nicht alles. Das heißt... Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Aua, Junge. Was ist denn hier unten? Äh, da unten ist er tot. Okay. Gut, 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 gut. Das hat soweit auch geklappt. Gucken wir mal hier weiter. Aua, Jungs. Tut mir nix. Tut mir nix. Jetzt muss ich erst mal gucken, ob wir noch einen Wiederbelebungsstein haben. Kristall? Nein, sieht nicht so aus. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall sehen, dass wir das überleben. Aber es scheint sonst hier erst mal nix mehr zu sein. Das heißt, wir können auf jeden Fall erst mal mit der Plattform weiter. Mhm. Da ist auf jeden Fall nix mehr. Jetzt ist nur die Frage, ist hier... Ne, da scheint auch nix mehr zu sein. Das heißt, erst mal hier weiter die Plattform könnte ich mal nehmen. Und mal gucken, was uns da erwartet. Oh, sehr schön. Ein Schätzilein. Y, Y, X und X. Böge. 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 Böge.